Ja, das war's. Ja. Loll! Ja. Ist definitiv ein NPC. Äh. Hm. Der durchquert jetzt gerade irgendwie so ganz meine Pläne. Hä? 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 Ich glaube, ich scheiß auch einfach auf den. Der nervt. Hä? 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 den wollte ich eigentlich als nächstes besiegen aber nicht da eigentlich gut haben sich das hier nach wie vor nicht geändert dann ist also immer noch da doof aber ich mache an dem ist auch so gut wie gar kein schaden wie das aussah heute wieder da gestorben das war knapp da ist sie doch so also jetzt eigentlich scheiß drauf auf den komischen fünstergeist gedönsel keine ahnung was der geht mir auf den biss ja der war ich später Nein. Ach, kommt schon. Fuck. Oh man. Soll ich jetzt überall nur durchrennen? Ja, ja. Schnauze voll. Renn mal durch. Ich weiß echt nicht, wie ich es mir jetzt immer antue, dass ich meine, die einen Typen besiegen zu müssen. Kein Plan Y. Okay. Schnauze. Nochmal. So, Abwechslung. Ich hätte natürlich auch mal noch einen anderen Boss machen können, wo ich einen Trick 17 annehmen könnte. Okay. So, jetzt schalte ich gerade erstmal hier hoch. Ah, da ist der. Da sind die. Sehr schön. Wenigstens habe ich das jetzt wieder. Nein. 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 Nicht runter da runter. Okay. Boah. Äh. Das. So. Arschlecken. Kann ich vielleicht vorher nicht benutzen. Das ist schlecht. Hä? Ich habe keinen Bock auf dich. Aha. Nein. Ah. Dieser Penner. Echt. Was sind das für ein Fischkorb? Ah. Komme ich jetzt da raus? Wahrscheinlich hier nicht, ne? Ah. Doch. Hm. Nun denn. Kommt der jetzt immer noch? Wo ist denn bei dem jetzt hier der Trigger? Ja. Wo ist denn bei dem jetzt hier der Trigger? Oh. Da ist das nicht. Der ist doch kein NPC, oder? Und das cybersecurity. In. Tja. In. 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 Z. In. Ja genau, wenn ich die Zauberkaste bin ich nicht immun gegen irgendwelches Zeug. Ja, das war es jetzt eben. Oder auch noch nicht. Nein. Scheiße. Wichtigste Waffehasse. Ich natürlich als Zauberer würde es egal finden, wie ich sie hätte. Aber so nicht. Ne, den mache ich mal später. Das geht gar nicht. Oder ich würde natürlich hier ein bisschen bei A-Level höher sein. Oh, ich probiere es jetzt mal bei dem nochmal. Okay. Okay. Oh, nein, nein, oh man. Das geht doch nicht, der muss doch machbar sein, ey. Ja, erneuter Tod, der ist geil. Aber halt nur PVE. Hä? 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 Na, das ist absolut sinnlos. 37. Ja. Ja. Ne. Das war's jetzt. Das reicht mir. Schnauze voll. Echt. Das war's jetzt. Schön und gut. Auf genug gestorben. Der ist das Schlimmere wie jeder Boss. So. Äh. Oh, nein. Was mich jetzt gerade wundert. Da ist nichts. Da kommt es echt nur hin. Komisch. Nein. Ja. Ja. Es ist niemals. Tempel 10. Ja. 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 Aber sonst eigentlich nur Müll. Da mach ich mir deutlich hier was besseres. Ja. Stellenweise. Höhensoldat, so zu schwer Ah Ja, ne Und? Ne, Gott Dann nicht Deswegen lasst erstmal hier für hier gut sein Wie gesagt, erstmal kurz abregen Und beim nächsten Mal geht es dann definitiv weiter Und sorry für die ganze Fails Ich wünsche euch was, haut rein, servus und ciao